Na hallo, da sind wir wieder bei Sunmobil Cars in Marktindersdorf. Es ist furchtbar kalt und gehende Leere. Das ist nur zum Teil richtig, zur Hälfte. Es ist kalt, ungemütliches Wetter, aber hier ist es nicht leer. Von wegen Lieferengpässe und hier gibt es nichts und ach, man kann nichts kaufen und wir haben keine Fahrzeuge. Seppi, ziehen wir doch mal kurz auf. Sehen Sie das? Da stehen die alle. Boxstar Street XL. 18 Fahrzeuge, frei verfügbar zu verkaufen. Ich wiederhole, 18 Boxstar Street XL, frei verfügbar zu verkaufen. Und weil es zu kalt ist, haben wir uns gedacht, wir stellen einen davon mal rein, weil die haben ja ein paar Unterschiede. Also es gibt 160 PS Schaltgetriebe und 180 PS Automatik oder umgekehrt und der eine hat das Bad und der andere hat das Bad. Also wir haben deswegen einen Boxstar mal reingestellt und den gucken wir uns jetzt mal genauer an, was denn da so alles dran und drauf ist. Und dann gibt es noch was da drinnen. Eine kleine Überraschung, denn es gibt diese 18, die hier stehen und ein aktuelles Topmodell 2022. Und auch das wäre zu haben und ist verfügbar. Ja, gehen wir rein. Ja, hier steht da symbolisch einer von den 18 Boxstar Street XL. In diesem Fall 160 PS Automatik, perfekt geeignet für vier Personen und ab in den Urlaub. Übrigens, was für alle Boxstar Street XL gilt, wir haben da ja auch schon mal eine Vorstellung gemacht. Vielleicht, Seppi, können wir da einen Link rein machen? Ja, können wir machen, genau. Aber sowas, was ja ganz wichtig ist, die Länge 5,99. Man kann mit dem Teil überall parken, immer noch. Die Breite 2,05 Meter, also kommt man durch enge Gässchen durch. Höhe 3,08 Meter, Brücken gar kein Thema. Dann hat das Hochdachmodell alles. Also Innenraumhöhe 2,38 Meter. Also auch Stehriesen können da drin stehen, sich duschen, das ist richtig klasse. Ja, aber es gibt natürlich so kleinere Unterschiede. Also Chassis, Lenkräder, dann wie gesagt mal Automatik, mal Schaltgetriebe, mal 180 PS, mal 160 PS und so weiter. Aber so wie sie hier stehen, stehen sie hier und sind frei verfügbar. Und man kann sie eben einfach mitnehmen. Aber, und das ist genau der Punkt, in der Regel eben einfach mitnehmen und nicht unbedingt wahnsinnig viele Sonderwünsche noch dazu. Das ist so ein kleiner Haken daran. Und deswegen, Dennis, der Juniorchef von Sammobil Cars, kommt mal mit dazu, lieber Dennis. Also erstmal, man muss ja immer so aufpassen. Also wir machen jetzt aber so, zack, genau. Also wir sind alle geimpft und alles wunderbar und geboostert und schnell getestet. Und das sage ich jetzt einfach mal dazu, ist wirklich ganz wichtig. Leider müssen wir das sagen, immer wieder. Also, es gibt diese 18 Modelle, toll, dass ihr die habt. Aber wenn jetzt jemand kommt, super, will ich haben, aber ich hätte gerne noch du-du-du-du-du, dann kann es wieder schwierig werden. Ja, es kommt ganz drauf an, was man haben möchte. Also viele möchten ja so Sachen wie Solaranlage, Lithium-Akku oder Ladebooster, Wechselrichter. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber viele Leute gehen halt ins Internet, auf den Knaus-Konfigurator, was ja auch cool ist. Aber das Problem ist, wenn du dir den Wagen dort zusammenstellst, dann dauert es halt mindestens anderthalb, wenn nicht sogar zwei Jahre. Weil diese N-Pässe haben wir trotzdem noch. Ja, die haben wir trotzdem noch. Das Schöne ist jetzt, dass wir hier eine schöne Auswahl von Fahrzeugen haben, die auch nicht alle gleich sind. Also wir haben welche mit Raumbad, mit normalen Bad, mit 160 PS, mit 180 PS, mit Automatik, mit Schaltgetriebe. Und da ist es natürlich dann auch am besten, einfach mal bei uns anzurufen, Termin zu vereinbaren, um zu gucken, welcher passt am besten zu jedem. Und was die Botschaft am Ende sein soll, ist, man kann jetzt nicht hierher kommen und ein Auto vorher konfiguriert haben und den gleich mitnehmen. Das geht logischerweise nicht. Also wenn ich jetzt einen konfiguriere, kann ich machen. Aber wir alle wissen ja noch nicht, wann kommt es genau, was kostet es genau oder verändert sich vielleicht sogar was im Modelljahr 2023. Weil das Modelljahr 2022 ist eigentlich praktisch so gut wie ausverkauft. Du hast ja vorhin was angeteasert. Da kommen wir dann zum Schluss drauf. Da kommen wir dann noch mal so. Wobei, also so wie sie hier stehen, aber wenn jetzt jemand anruft und sagt, also diese 18 Modelle, erzähl doch mal. Welches Modell hat denn was? Also im Prinzip sind sie ja alle ziemlich gleich. Also es steht ja hier immer unsere SMC-Edition, die wir ja schon mal vorgestellt haben. Link haben wir ja vorhin eingeblendet, können wir auch unten in die Beschreibung nochmal reinpacken. Heißt, die Fahrzeuge haben alle Maxi-Chassis. Also das können wir vielleicht gleich mal zeigen. Die haben hier wieder die Kunststoffverbreiterung dran. Heißt, wir haben die große Achse, die große Bremse, auch die verstärkten Felgen. Heißt, ich kann den Wagen auch im Nachgang auf bis zu 4,25 Tonnen auflasten. Der Wagen hier, das ist jetzt das Modell 2021. Der hat 160 PS und Automatik. Ich habe aber auch 22er Chassis mit zum Beispiel 180 PS. Aber auch 180 PS Schalt stand draußen. 180 PS Schaltgetriebe, das ist ganz wichtig. Wir haben da auch noch was vorbereitet, das kommt wie gesagt zum Schluss. Wir haben da mal was vorbereitet. Aber der größte Teil der Fahrzeuge ist genauso wie der jetzt hier steht mit 160 PS, Automatik, Maxi-Chassis. Das sind ja für die meisten so die wichtigsten Grund-Specs, nenne ich es jetzt einfach mal. Was ich nur wissen wollte von dir, weil ich es eben gesagt habe. Also nehmen wir mal, ich bin jetzt Kunde und sage, die haben da 18 Modelle. Jetzt sind ja nicht alle 18 bei euch jetzt auf der Internetseite, sage ich mal, aufgelistet. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte eins von diesen Modellen, ich möchte auch gar nicht großartig extra was dazu, ich möchte einfach kommen, crash und ich habe mein Wohnmobil, dann ruft man am besten dich oder Markus an. Oder wie geht man da vor? Anrufen, E-Mail schreiben, Termin vereinbaren oder das Ganze telefonisch mit einem Videocall, wie auch immer. Und dann kann man so ein Fahrzeug auch relativ zeitnah dieses Jahr praktisch noch haben, weil die Fahrzeuge stehen alle hier. Wir checken die natürlich nochmal komplett durch. Heißt, wir machen eine Aufbauinspektion, da wird jede Schraube praktisch nochmal nachgezogen, alles perfekt eingestellt. Dass, wenn der Wagen dann hier übergeben wird, auch alles perfekt passt. Das ist nämlich auch ein Unterschied, den viele ja nicht auf dem Schirm haben, den viele andere vielleicht auch gar nicht machen. Dafür zeichnen wir uns aber aus, dass der Wagen, bevor er rausgeht, nochmal perfekt durchgeschaut wird. Und wie du es gerade gesagt hast, es sind nicht alle im Internet. Ja, wir haben ja den einen doppelt, den anderen dreifach. Ja, 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 klar. Davon ist einer inseriert. Aktuell, Stand heute, sind noch 18 Stück verfügbar. Schauen wir mal, wie lange. Daher nicht zu lange warten, weil, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, wenn diese 18 Stück weg sind, dann haben wir keine mehr. Dann ist wirklich Ende der Fahrzeug. Dann ist Ende Gelände. Wir haben jetzt heute den 1. Februar, wo wir das Video hier aufnehmen. Und dann sind wir für 2022 komplett ausverkauft. Und wie gesagt, man kann konfigurieren, alles schön und gut, aber man kriegt es halt am Ende nicht. Jetzt bin ich mal toll dreist. Jetzt versuche ich mal was, ich frage mal was. Neureigisches Thema. Ja. Geld. Ja. Noch neureigischer Preis. Ja. Jetzt habt ihr diese 18. Ja. Die müssen ja weg. Die suchen ein neues Zuhause. Ja, ja, genau. Boxstar Street XL sucht ein neues Zuhause. Bitte melde dich. Aber, ja, jetzt haben die ja normale Listenpreise. Dann gibt es eben die Sunmobile Cars Edition. Das ist ja sowieso nochmal ein bisschen entgegenkommen und Ausstattung und so weiter. Sind bei den 18 vielleicht nochmal irgendwelche Sachen dabei, wo du sagst, wir machen da einen ganz besonderen netten, die müssen weg Preis oder wie sieht es aus bei denen? Ja, ich bin ganz ehrlich, Gerd. Aktuell darf und kann ich natürlich nicht das machen, was wir beide uns vielleicht jetzt wünschen würden. Schnitt. Das ist ja schön. Aber ich sage es mal so, am Ende des Tages geht es ja darum, überhaupt ein Fahrzeug zu finden. Wenn du jetzt mal irgendwo anrufst bei einem anderen Knaushändler, die werden mit Sicherheit keine 18 Stück haben. Vielleicht einen, wenn überhaupt. Ja, und das ist eben hier das Besondere bei dem Angebot, dass wir jetzt überhaupt einen anbieten können. Klar. Und das ist essentiell. Warum? Weil, selbst wenn ich jetzt warte auf ein 23er Modell, das Angebot hier ist trotzdem günstiger, weil A steht es auf dem Hof. Ich wollte gerade sagen. Ja, und B sprechen wir hier vom 21er oder 22er Preis. Ja. Ja, alles andere kommt viel später und wird viel teurer. Ende vom Lied. Wir wollen natürlich jeden, der sich für so ein Fahrzeug interessiert, als Kunden in unserem Haus begrüßen dürfen und auch gewinnen. Ja, und daher wären wir uns am Ende eigentlich auch immer einig. Ja, klar. Ja, weil es ist ja nicht jedes Fahrzeug so perfekt ausgestattet, wie sich der Kunde jetzt wie du zum Beispiel vorstellst. Das heißt, der eine will noch eine Solaranlage, eine Lithium-Batterie rein oder was weiß ich was. Und damit können wir am Ende spielen und irgendwie einen Deal finden. Ja, klar. Weiß ich. Ja, deswegen sage ich es ja. Ich weiß ja, mit euch kann man immer weiter. Ich möchte halt auch vorsichtig sein, weil manche stellen sich dann vor, ja, der kommt jetzt nochmal 10.000 Euro entgegen. Die Luft habe ich selber nicht. Ihr kommt ja ohnehin entgegen. Das weiß ich ja bei euren Editions. Sowieso. Also von daher ist es gar keine Frage. Mir war nur wichtig, dass Sie wissen, dass ihr wisst, man kann mit den Jungs reden. Absolut. Und was ja auch toll ist, man kann sich ja jetzt dann auch so ein Fahrzeug von den 18 schnappen. Ja, wenn man schnell ist. Und dann sagt man, wenn man schnell ist, dann sagt man all das, was ich jetzt vielleicht nicht einbauen kann, wo ich sonst warten müsste und dann hätte ich gar kein Fahrzeug, jetzt nehme ich es mal so. Genau. Und dann warte ich mal und wenn diese Lieferengpässe wieder keine Engpässe sind, dann sage ich bei euch Bescheid und kommt dann vorbei. Das ist ein sehr guter Punkt. Ganz viele von den Kunden, die sich für so ein Fahrzeug interessieren und eine ganz konkrete Vorstellung haben, die gehen aktuell auch einen Kompromiss ein und sagen, hey, dann nehme ich lieber einen, der jetzt sofort verfügbar ist und bestelle gleichzeitig mein Wunschfahrzeug. Ach so. Ja. Ach so. Weil bis der Neue kommt, vergeht eh anderthalb Jahre. Für die Zeit habe ich dann schon mal ein richtig cooles Auto, weil die sind ja auch super ausgestattet. Vielleicht nicht ganz so individuell, aber wir haben ganz viele Kunden, die sagen, hey, ganz ehrlich, dann bestelle ich halt jetzt schon mal, weil wir wissen eh noch nicht, wann es kommt, was es genau kostet. Das wird dann eh erst dann final gemacht, wenn klar ist, was es gibt, wann es kommt und was es kostet. Ja. Und bis dahin habe ich ein super Fahrzeug. Und man darf ja eins nicht vergessen, die Fahrzeuge sind ja gerade jetzt die Stadt, die steigen ja eher im Wert. Ja, ja. Die steigen ja eher. Das ist ja wie mit einer guten Uhr oder einer Immobilie. Die werden nicht weniger wert. Und das ist eben gerade das Attraktive, weil ich habe jetzt hier Fahrzeuge da, die kann man sofort mitnehmen. Die kann ich fahren und im besten Fall verkaufe ich sie fast fürs gleiche Geld, wie ich bezahlt habe oder wie ich jetzt bezahlen würde. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ja, also. Klasse. Und wie du gesagt hast, super Fahrzeug und ich denke, es wird mal Zeit, dass wir zumindest mal ganz kurz reingucken, dass wir noch mal ein Bild haben von dem Boxstar, oder? So machen wir es. Ja, klar. Jetzt sind wir drin im Boxstar Street XL und was machen wir jetzt? Wir machen einen Schnelldurchlauf. Dennis, der Juniorchef von Samobilkas hat gesagt, komm, wir haben zwar schon einen Link, wir haben ihn mal vorgestellt, aber jetzt steht hier Modell 221, also machen wir den Schnelldurchlauf, oder? Und dann fangen wir an hier mit AAA. Das heißt nämlich? Atmungsaktiv, abwaschbar, Abhell-Effekt. Ja, also das Polster. Polster Active Frog, wie gesagt, super. Was für den Active? Active Frog heißt das. Also wir haben den Wagen nicht nur in Active Frog da, wir haben den auch in Turin. Ich persönlich finde das am schönsten und natürlich am besten einfach, weil es atmungsaktiv, abwaschbar und den Abhell-Effekt ist. Ja, sieht auch cool aus. Sieht auch cool aus. Wir haben die Einzelsitze drin, heißt man kann die Sitze hier vor und zurück fahren. Das ist halt ein vollwertiger Sitz. Man hat hier auch noch einen Hebel, wo ich eben hier die Lehne verstellen kann. Und auch wenn du dich da mal drauf setzt, du hast hier einen richtigen Seitenhalt, dass wenn ich ein bisschen sportlicher fahre, du nicht gleich aus der Kurve fliegst. Ja, und man kann eben hier auch auseinander fahren, dass man hier ein bisschen mehr Platz schafft. Genau. Schnelldurchlauf. Nächster Punkt. Und nächster Punkt, wo ich gerade hier sitze. Seppi, geh doch mal unter den Tisch. Hier. Beinfreiheit, nicht? Und ich bin ein Bein-Monster, hätte ich mal gesagt. Ein Sitzmonster. Da gibt es also keine Stange, die man da reinmachen kann. Könnte man auf Wund. Braucht man aber nicht, weil belastbar bis 40 Kilo. Und Dennis, man kann das Ganze auch noch ausklappen. Ja, man kann hier den Hebel entsichern, das Ding rausdrehen und natürlich alle Oberflächen, wie immer, CPL beschichtet. Sprich, langlebig, kratzfest und optisch supergeil. Ah, nächster Punkt. Zwei Flammen Gaskocher, Piazzuzündung. Ganz wunderbar. Schubladen haben wir auch. Richtig viel Stauraum. Ja. Kann man vielleicht mal zeigen. Vollauszug heißt, die Schubladen gehen ganz raus. Bei vielen gehen sie ja nur ein Stückchen raus. Bei uns ganz. Wir haben hier die Einlage für Besteck. Wir haben hier den halben Tischfuß. Man kann ja vorne noch ein Notbett bauen oder eben einen zweiten Tischfuß reinmachen, damit das stabiler ist. Hast du ja gerade erklärt. Dann hier geht es weiter. Auch wieder Stauraum ohne Ende und auch cool, ganz unten natürlich auch eine Schublade. Also richtig viel Platz und Stauraum. Auch hier die Oberflächen wieder CPL beschichtet. CPL beschichtet. Ja. Und hier richtig, das weiß ich noch, richtig tief hier. Guck mal rein, Sabi. Das kann man mal zeigen, weil das meint man immer gar nicht. Da passt richtig was rein. Ja, und da kannst du halt auch mal deinen Teller abspülen. Ja, natürlich. Du kannst aber ein bisschen Wasser reinmachen, deinen Teller abspülen, deinen Besteck sauber machen und dann hat das Hand und Fuß. Du hast hier oben auch eine richtig ordentliche Armatur, die kann man auch schön verschieben, verdrehen. Ja, da hast du hier eine wunderbare Arbeitsplatte hier. Arbeitsplatte nochmal, dann kann man das hier wegschieben, kann man was draufstellen und gut ist. Und was auch cool ist, hier ist die ganze Technik, also die Lichtschalter, Heizung, Bedienpanel. Das ist schon der nächste Punkt. Technik, oh, der Mann macht einen Wahnsinn. Nächster Punkt Technik. Technik, ich glaube. Ja, Bedienpanel, also Strom an, Strom aus. Man sieht, wie voll alles ist. Man sieht, ob die Batterie lädt. Man kann hier seine Heizung programmieren. Also ich kann jetzt hier einstellen und sagen, ja, 14 oder 21 Grad. Ich kann sagen, 18 Uhr Heizung an, 19 Uhr Heizung aus. Na, da haben wir aber Videos auch schon en gros gemacht. Also da kann man sich da mal in Ruhe das mal angucken. Ja, da haben wir sogar eine Übergabe gemacht. Da haben wir sogar eine Übergabe gemacht. Können wir mal einen Link reinmachen. Da können wir einen Link reinmachen. Ja. Wir machen da mal einen Link rein. Ja. Dann geht es hier weiter mit dem Licht. Heißt, ich kann hier auch länger auf die Lichtschalter draufdrücken und die Lichter dimmen etc. Sonst haben wir hier noch Steckdose 230, 12 Volt und natürlich auch oben nochmal Stauraum. 95 Liter Kompressor-Kühlschrank. Ich gehe nur mit Strom. Nächster Punkt. Nächster Punkt. Kleiderschrank. Müssen wir uns leider ein bisschen klein machen. Ja, guck mal hier. Kleiderschrank, ne? Guck mal da. Kleiderschrank. Da passt schon was rein. Aber, ne? Der Tipp so, by the way, wenn man das Raumbad bestellt, was wir uns gleich anschauen, das gibt es nämlich hier für den Boxstar Street XL, weil dann kriegt man einen richtigen Kleiderschrank noch dazu. Zack mal. Ja. Oben geht es auch nochmal weiter. Ja, alles klar. Jetzt wird es mal langsam zu eng. Und der Dennis, mach das mal mit dem Raumbad. Tschüss Dennis. So, man kann das Bad jetzt hier einmal zumachen. Ja, da stehe ich jetzt praktisch im Bad, aber ich kann auch hier die Tür wieder aufmachen. So, dann bin ich wieder beim Seppi. So, und schon sind wir im Bad. Ich mache die Folie einmal weg, ist ja flammeneu hier das Teil. Und jetzt sind wir praktisch im Raumbad. Wir sehen jetzt hier das Waschbecken. Das ist von der Größe ungefähr gleich wie in einem Kompaktbad. Das Kompaktbad, keine Sorge, schauen wir uns auch gleich noch an. Man kann jetzt hier hinten den Hebel entsichern, das Waschbecken einmal vorklappen und dann kommt man schon mal besser dran. Aber, ja, wenn man sich mal das Gesicht waschen möchte, sich rasieren möchte oder die Zähne putzt, dann kann man das hier ganz entspannt umklappen. Ja, und hat ein richtig ordentliches, großes Waschbecken, wo man sich halt auch wirklich mal, ja, waschen kann, ohne dass jetzt das ganze Bad verspritzt. Dann kann ich das Ding hier einfach wieder runterklappen, also vorsichtig runterfahren, dann vorsichtig an die Wand drücken und dann ist es ordentlich. Man hat hier ein Fenster im Bad, man kann aber auch den Spiegel verschieben, ja, das Fenster verschwinden lassen oder so einstellen, dass man sich sieht. Also, kannst du nochmal kurz umklappen. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier sieht, zack, ja, dann sieht man sich eben auch im Spiegel. Also, es ist eine saubere Lösung, funktioniert einfach und unkompliziert und macht, wie gesagt, doppelten Sinn, weil man hat nicht nur ein großes Waschbecken, sondern eben auch eine große Dusche. Man kann jetzt hier dieses Teil zufahren, schwupps, und dann habe ich hier hinten meine Duscharmatur versteckt, ja. Da komme ich natürlich noch viel besser dran, wenn ich die Türe jetzt zumache. Also, wenn man die Türe zumacht, steht man praktisch im Bad, ja, kann auch nirgends irgendwo was hinspritzen, das Wasser läuft super schnell hier die Verkleidung runter und da macht es wirklich Spaß. Und hier unter dieser Holzplatte sind auch noch vier Abläufe, die zeige ich gerade einmal, Sekunde, einmal auf die Seite. Und dann kann man hier das Ding einmal raufmachen und dann sind hier vier Abläufe drin, egal wie ich stehe, Wasser läuft immer ab. Dennis? Ja. Wir machen Schnelldurchlauf, ne? Ja. Können wir dann bitte zum nächsten Punkt kommen? Gerne. Wahnsinn, der Mann. Weil der Dennis es eben angesprochen hat, das hier wäre dann das, in Anführungsstrichen, normale Bad und wie immer ist der Juniorchef ein bisschen unter Druck. Ja, so sieht es aus, das normale Bad. Zum Duschen in meinen Augen nicht wirklich geeignet. Man hat zwar hier einen Duschvorhang drin, hier ist auch so ein Radlschlauch drin, ja, den man praktisch mit Luft aufpumpen kann, damit es den Vorhang von meiner Haut wegdrückt und der Vorhang nicht an mir klebt. Aber es ist auf jeden Fall nicht so geräumig wie im Raumbad, ja. Toilette kann man natürlich auch verdrehen. Das Waschbecken, wie gesagt, ist ein Ticken kleiner. Also hier jetzt mit dem Händewaschen wird schon noch gehen, aber Rasieren oder Zähneputzen ist schon eine kleine Herausforderung. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Mal. Ja, und während Dennis da im normalen Bad noch mit dem einen oder anderen Detail kämpft, ist mir noch was aufgefallen. Im Unterschied zum Raumbad, also wenn ich jetzt hier stehe, stehe ich eher so ein bisschen seitlich, genau. Und wenn ich dann an den Kühlschrank will, dann mache ich so und das ist dann schon ein bisschen, ja, schauen wir mal und dann hole ich mein Bierchen da wieder zu. Also das geht schon, das ist schon okay, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber im Raumbad oder mit dem Raumbad ist das ein bisschen charmanter. Und im Raumbad stehe ich da so, relativ gerade, unfernter Heimat, blick geradeaus. Und dann kann ich ja wunderbar ran, aufmachen, wieder zumachen. Apropos auf- und zumachen. Jetzt nehmen wir doch mal an, wir sind zu viert, aber man will dann auch mal zu zweit sein. Und tschüss dann, dann kann man nämlich hier auch noch abtrennen. Ich komme, Liebling. Ja, das mit dem Liebling hat jetzt heute nicht so ganz geklappt. Aber dafür ist der Dennis da. War mir klar, aber Dennis hat auch wichtige Informationen. Also ein kuscheliges Bett, wenn man seine Liebste dabei hat. Evopor-Matratze drin, sieben Zonen Kaltschaum. Oder was? Sieben Zonen Kaltschaum-Matratze, Evopor, HRC, also wirklich was richtig Feines. Ja, oben so wie unten. Und wir haben eine Liegelänge von 1,94 m, eine Breite von 1,45 m. Also auch wirklich viel Platz auf 5,99 m Gesamtlänge und eben ein Querbett. Und das Hutbett? Das Hutbett, ja, das hat 2,07 m Liegelänge. Also muss man sich mal vorstellen, 2,07 m. Also da passen wirklich richtig große Menschen auch rein. Und breit ist es 1,30 m. Und wir können vielleicht gleich mal ein Bild einblenden, weil du hast sehr, sehr viel Raumhöhe auch in diesem Hutbett. Einfach aufgrund der Fahrzeughöhe. Ja, vielleicht noch ein kleiner Teaser. Das ist ja der Boxster Street XL. Es gibt ja noch den Bruder oder die Schwester, den Lifetime. Ja, den haben wir auch schon mal wieder gemacht. Ja, klar. Da bekommen wir tatsächlich auch noch ein, zwei Fahrzeuge. Allerdings erst August, September. Ja, die hätten dann auch Längsbetten. Ja, dafür ist vorne alles kleiner. Also der, der sagt, cooles Auto, ich möchte aber einen mit Längsbetten. Kein Problem, kriegen wir. Muss mal noch ein bisschen Geduld haben. Also ich bin ja auch so einer, der sagt, naja, kommen jetzt immer diese Werbesprüche und wir haben das schon so oft gesagt, aber dieser Boxster ist wirklich ein Raumwunder. Definitiv. Also es ist auch wirklich das beliebteste Kastenwagenmodell bei uns seit zwei, drei Jahren mittlerweile. Vorher war es immer der Boxster Solution, also der kleine Bruder praktisch, weil da gab es den XL einfach nur nicht. Nur hier mit dem XL, du hast einfach wirklich viel Raumhöhe, Raumgefühl und einfach mit 2,7 m im Hubbett, also auch wenn meine Kinder mal größer werden, ja, habe ich halt da schon das ideale Zukunftsfahrzeug, weil viele mussten sich früher dann irgendwann immer ein zweites oder ein anderes Auto kaufen, weil das Bett einfach zu klein wurde. Du hast schon Kinder? Ja, noch nicht. Wir arbeiten dran, Hubbett. Und ein letzter Blick bei dem Boxster 2021 im wahrsten Sinne des Wortes. Seppi, schwenk doch mal. Sieht cool aus, oder? Normale Scheinwerfer, aber LED-Tagfahrlicht. Ein wunderschön blinkender Blinker. Gut, das ist normal, aber hier, das LED-Tagfahrlicht sieht natürlich klasse aus. Es geht aber noch besser. Und jetzt kommen wir zum Finale der Boxster Street XL. Ein Modell steht hier, ein aktuelles 2022-Schnitt. Full LED-Technology. Möge das Licht mit euch sein. Das Modell 2022, 160 PS, Automatik. Und das sieht auch drin ganz klasse aus. Der Dennis hat schon mal Platz genommen. Natürlich der Dennis, ich darf noch nicht. So, ja, das ist praktisch das Highlight vom Video. Wir haben es ja ganz am Anfang schon angesprochen. Wir haben da was vorbereitet. Wir haben da was für euch. Und zwar ein einziges, ja, sofort verfügbares, freies Stück. Ja, den Fiat Ducato Serie 8. Also Knausboxster 600 Street XL als Serie 8 Ducato. Modell 2022 mit Euro 6 Final, 160 PS, Automatik und Voll-LED-Scheinwerfern. Also so eine Konfiguration hatte ich bis jetzt noch nie auf dem Hof. Bis jetzt hatten wir immer nur 140 oder 180 PS und Schaltgetriebe. Der Wagen, wie gesagt, schon mit der neuen Gang Wandler-Automatik und eben Voll-LED-Scheinwerfer. Und hier bei uns im Markt Indersdorf, sprich sofort verfügbar. Und ich würde sagen, wir schauen mal raus zum Gerd. Ach so, bist du noch nicht fertig, oder? Oh, ich wollte gerade, Entschuldigung. Wir sind schon fertig. Alles gut. Hier steht er, der Boxstar. Und wirklich der Boxstar 2022. Bei euch hier, Dennis. Ja. In Markt Indersdorf. Das wirklich einzige neue Modell. Und es ist wirklich so, gut möglich, dass deutschlandweit kein weiteres irgendwo steht. Also das ist wirklich außergewöhnlich, dass ihr überhaupt ein Modell hier stehen habt. Definitiv. Also wie gesagt, auch in dieser Konfiguration mit LED-Scheinwerfer, 160 PS, Automatik, kriegen wir so wahrscheinlich kein zweites Mal so schnell rein. Also wir wissen es ja selber nicht, wann was überhaupt mal kommt. Daher sollte man schnell sein. Bleibt die Frage nach der Portokasse. Was darf ich denn mitnehmen, um ihn dann mitnehmen zu können? Ja, es kommt natürlich am Ende immer so ein bisschen drauf an, was man noch dazu haben möchte. Daher kann man es jetzt so pauschal nicht sagen. Aber wir haben ja nicht nur den, sondern wir haben ja auch 180 PS Schalter. Wir haben 160 PS Automatik, Chassis 21. Also da kommt es eben drauf an, welcher soll es jetzt konkret sein. Und wir bewegen uns da in der Preisrange von 78.000 bis 86.000 Euro, je nach Konfiguration. Der hier kostet natürlich, wie gesagt, ein paar Euro mehr, logischerweise. Es ist auch unser einziges Stück. Eigentlich möchte ich ihn gar nicht hergeben, weil ich habe ja sonst auch nichts zum zeigen. Aber wer schnell ist, kann den gerne haben. Und hier gibt es ja auch Finanzierungsmodelle. Das wollte ich an dieser Stelle auch mal gesagt haben. Ist ja nicht so, dass man hier mit dem Geldkoffer ankommen muss. Kann jeder machen, wie er möchte. Bieten wir natürlich auch alles an. 360 Grad, rundum sorglos. Also liken, kommentieren, abonnieren, die Glocke nicht vergessen und zuschlagen. Ja. Ja, vas dann. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020